Zweiter, Pichtinus und erster, erster hat sie in der Folge. So, auf Folgen über 3, Treppen bei den Männern jetzt für die Zwischenrunde, das Bitschim Havala-Club auf TSG Ismar. Schiedsrichter Sandkirchen bzw. Blau-Weiß-Gremesmühlen-Männer jetzt auf Platz 3 mit den Beginnungen. Bitsch-Team Havala-Club gegen TSG Ismar. Das ist arschkalt hier, das ist arschkalt. Und das Feld nur 4, dort spielen auch Männermannschaften und zwar ESV Dresden gegen HC Imerholl. Schiedsrichter auch, Blau-Weiß-Gremesmühlen-Issan-Kirchen. Und immer alle Schiedsrichter von Blau-Weiß-Gremesmühlen sofort zur Turnierleitung. 1, 2, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10. Auf Kacke! Oh, ist das arschkalt hier! Ihr nehmt doch noch meinen Ausschluss raus und mein Geld! Ist wirklich arschkalt! Ich hab meine Jacke angegeben! Das ist wirklich arschkalt! Aber du spielst heute mit Milch! Da musst du dich mehr bewegen! Ich kann mich nicht bewegen! Ich bin hier als Post! Da steht ihr jetzt auf! Seid ihr Sprecher oder wo kommt ihr? Unsere Leute! Das ist Post! Ja! 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 Ich zeige es drauf! Schmidi ziehen wir an da. Wir wollen anfangen auf Klass 4. 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 Wir wollen anfangen auf Klass 4.